Luigi löst Boss. Luigi wurde befördert und ist nun der Boss der Abteilung. Boss Boss, jetzt genannt auch Boom Boom, ist nun sein Angestellter. Haha, schreib mir bis morgen einen Bericht über gebratene Pilze. Seine Mitarbeiter lieben ihn. Er nutzt seine Macht überhaupt gar nicht aus. Und du, bring mir zwei Münzen. Ja, er nutzt sie kein bisschen aus. Er ist immer freundlich und nett. Die Münzen sind dann viel zu wertlos. Ich brauche 50er. Habt ihr gehört? 50er. Wenn Luigi nicht gerade seine Kollegen unterstützt, ist er in seinem Büro und arbeitet hart und zuverlässig. Kein Wunder also, dass er stets zwei Stunden später ins Büro kommt, schon wieder viel zu spät und stets drei Stunden früher nach Hause geht. Luigi hat es sich aber auch verdient. Seine Mitarbeiter unterstützen dieses Verhalten sehr. Sie wollen, dass es ihrem Chef gut geht. Geht der schon wieder so früh? Was soll denn das? Wetten, dass er morgen wieder als letztes kommt? Einfach unglaublich. Habt ihr gerade was gesagt? Nein, Boss, die sind der Beste. Gut so und bis morgen hat jeder von euch diesen Kanal abonniert.